hey hey leute habt ihr schon mal was von cesseатель gehört also viele fragen sich es bestimmt, Rudolfach ist Tessetelle, aber hey, der Junge, oder die Band besser gesagt, das ist der reinste Wahnsinn, also ganz ehrlich, ohne Witz, ohne Scheiß, also es gibt, wie soll ich sagen, es gibt Künstler, die sind, naja, die sind halt Künstler, aber auch nur mehr und weniger, dann gibt es andere Künstler wiederum, die sind schon ganz okay und so und dann gibt es so Künstler wie Tessetelle, die Musik leben, die ist einfach, die leben das einfach, also ich kann es nicht lernen, die fühlen das, die leben das, die sind die Musik, das ist wie ein Segen, das ist Wahnsinn, man hört die und man fühlt sich einfach sofort gut, sofort gute Laune, egal, wie soll ich sagen, wie der Tag ist oder so, man hört sich einfach die Musik rein und sofort gute Laune, die schaffen das sofort, wie soll ich sagen, dich in Bann zu ziehen, ja, und das ist richtig geile Musik, also das ist Wahnsinn, also für mich jetzt schon Megastar, also die haben jetzt schon mit ihren, also ich sag mal, acht, neun Lieder oder so, sag ich mal, ne, jetzt schon mehr Hits eigentlich, wie manche in 40 Jahren, ohne 40, also das, äh, ich werde euch jetzt gleich mal so vier, fünf, äh, also Lieder so anspielen und, äh, dann könnt ihr es mal hören und dann werde ich es noch verlinken, dass ihr die auch mal richtig sehen könnt, aber hört es euch am besten selber mal an, weil, wie gesagt, Chester Tellem, ey, merkt euch den Namen, merkt euch den Namen, merkt euch einfach den Namen, weil Chester Tellem, also, eigentlich schon Megastar ist und es ist nur noch Frage der Zeit, bis es richtig pumpt, also, zieht euch den mal rein, ey, lass mal anspielen, ich find's einfach mega. Ja, das ist die Fuckin' Jessen, Tellem, so, now. Hey, 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 ey, hey, 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 I've been at the top of the world, I sat in a soul but it's worried, my home, oh, my home, my home, Been in and been outside of love. They found out my favorite bird, is my home, oh, my home, my home. Musik 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 I've been at the top of the world and found out that nothing compares to you, my home, my home. Yo! Hallo, Pampinia Festival. Wie geht's euch? Ich bin Jesse Talon. Das sind meine wundervollen Mitbewohner und Bandkollegen. Ich bin Mr. Louv, Mr. Abinul. Und wir spielen für euch heute ein kleines Set. Wir haben uns den kompletten gestrigen Tag und die ganze Nacht um die Ohren geschlagen, um das hier so aufzubauen. Das ist mein Zimmer. Ihr seht, wir haben viel gewerkelt, um ein Set auf die Beine zu stellen, mit dem wir euch die Zeit ein bisschen versüßen können. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Ja, ihr wisst mir. 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 Pampinea Festival. Geht's euch gut? Es ist schon ein bisschen weird, ne? Wir haben das alle noch nie so gemacht. Und es ist doch ein anderes Gefühl, aber es macht mega, mega toll. Ja, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie die Möglichkeit, hier für euch zu spielen, die wir vor zwei Tagen bekommen haben, also vor zwei Tagen haben wir die Anfrage gekriegt, wie das hier wieder Energie und Sprung in unsere WG gebracht hat. Es ist unfassbar. So, vielen Dank. Wir machen weiter. Wir machen weiter. Wir machen weiter. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik Musik And honestly, it doesn't get any fucking better than this, right? True, true! Musik And if they try to stall them Yeah, yeah, yeah I have to look at it I want you to know that I'm right behind I need to know that I'm right behind Musik Now you won't have a black down Oh, oh Well, it should also be a little bit of something They try to stall them As last song Spiel mir noch einen für mich ganz besonderen für euch Weil auch ich bin hier in der WG, bin in Mannheim Bin zwar mit meinen Boys, aber getrennt von meiner Familie Was nicht immer das einfachste ist so Und auch wenn ich ziemlich gut bin darin, sowas zu überspielen Und meine Gefühle zu ignorieren Kommt's trotzdem manchmal durch Und der nächste Song geht raus an meinen kleinen Neffen Den ich jetzt auch schon sehr lange nicht mehr gesehen habe Und trägt den wundervollen Namen Vince the Prince Fühlt euch geliebt Ich denke an euch Und viel Spaß mit unserem letzten Song This is Jesse Talon Instagram at Jesse Talon TikTok at Jesse Talon Facebook at Jesse Talon Vielen Dank an's Pompinia Festival Das ihr uns gefragt habt Er hat uns echt die Zeit hier verschönert Es macht ganz viel Spaß Vielen Dank an euch Und vielen Dank an alle die zuschauen Ich sehe leider nicht wieviel es sind Ich hoffe wir konnten euch die Zeit versüßen Ich bin Lones Lof Ich bin Lof Ich bin Lof Ich bin Lof Ich bin Lof Fussballgott Shoutout und die Band Fussballgott Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020